Kurze Hitzewelle, danach Unwettergefahr. Wie heiß wird es denn am Mittwoch und am Donnerstag? Und was könnte in Bezug auf die Gewitter am Freitag dann passieren? Hallo und ein allerherzliches Glück auf hier zurück mit einem Einstieg in die 850 Hektabaskaltemperaturkarte. Ja, das hatten wir ja schon öfter besprochen. Diese Luftmassenkarte ist eben ausschlaggebend dafür, was potenziell am Boden dann für Temperaturen in 2 Metern Höhe ausgelöst werden könnten. Und wir sehen hier den aktuellen GFS-Lauf, den 6er-Lauf. Ja, also aktueller geht es zurzeit nicht. Und hier oben rechts die Timeline, für wann das eben ist. In der Sommerzeit, zwei Stunden draufgerechnet, haben wir die ganz normale Uhrzeit. Und dann gehen wir einfach mal durch, wie sich die Druckkonstellationen hier anbahnen. Wir sehen hier ein riesengroßes Tiefdruckgebiet, so über, ja, östlich von Island, natürlich mit zyklonaler Eindrehung, natürlich dann auch Druck vorderseitig, dann die Südwestkomponente. Und wir sehen hier ein Hochdruckgebiet. Und zwischen diesen zwei Druckkonstellationen ist dann eben so, dass das wie in Zahnrädern eben dann vonstatten geht, wo dann eben die heiße Luftmasse aus Südwesten ja nach Deutschland transportiert wird. Hier sind wir jetzt schon am Mittwoch und wir erkennen, dass das Rote hier, also dieses Dunkelrote, diese schwarze Linie hier, das ist die 20 Grad Isotherme in 1500 Metern Höhe. Sprich, wenn alles passt, kann man so 17 bis 18 Grad Celsius dazu addieren, natürlich in null Höhenmetern, ja. Und natürlich dann minus die Höhe, in der man sich befindet, dann trocken adiabatisch 1 Kelvin pro 100 Metern abgezogen. Ja, daraus kann man dann im Prinzip so ein bisschen die Temperaturen ableiten, die dann eben am Erdboden möglich sind. Und da erkennen wir, dass hier sogar im Südwesten, da könnte auch mal die 23 bis 24 Grad Isotherme anliegen. Aber wir müssen auch sehen, das Geopotenzial ist relativ tief. Dementsprechend, es wird zwar nicht so großen Ausschlag geben, ja, aber dementsprechend kann man da auch nochmal so ein halbes Grad wieder abziehen da hingehend. Gut, nun gut, bevor wir an die Temperaturen einsteigen, die es ja dann am Mittwoch und am Donnerstag geben könnte, ja, wollen wir nochmal ein kurzes Overview machen in Bezug auf die, ja, Witterung, die uns da eben erwartet, ja. Und da sehen wir eben oben rechts auch wieder die Timeline für Mittwoch, ja. Mittwoch sehr wahrscheinlich relativ sonnig, im Norden ein paar höhere Wolken, schätze ich mal, soll das hier darstellen, ja. Ja, und dementsprechend dann die größte Einstellung, die größte Hitze dann sehr wahrscheinlich so vom Südwesten ausgehen, über die Mitte bis so, ja, in den Osten hinein noch, ja. Und natürlich der Süden, aber dort sind eben die Ländlichkeiten wieder ein bisschen höher, dementsprechend wird es auch dort nicht so heiß werden, wie zum Beispiel im Südwesten im Preisgau. Ja, und dann ist es eben so, in der Nacht zum Donnerstag klart es dann wieder auf, währenddessen dann am Donnerstag schon erste, ja, kann man schon sagen, konvektive Umlagerungen im Südwesten, äh, Quatsch, im Nordwesten eben zu sehen sind, ja. Also dort kann es eben sein, dass schon die ersten Gewitterauslöse dann eben stattfinden, ja. Ja, im Osten und Süden, dort wird es nochmal, wie gesagt, unter fehlender Wolkendecke nochmal richtig einstrahlen können, da wird es nochmal richtig, richtig heiß werden, ja. Gut, in der Nacht zum Freitag ist es dann so, dass diese, ja, eher schleifende Kaltfront dann nach Südosten hin vorankommt. Und dann in Bezug auf das Schleifen bis zum Samstag hinein, oben rechts Timeline, ja, bis zum Samstag hinein, dann in dieser, ja, wie soll man sagen, in dieser Luftmassengrenze, ja, immer wieder Schauer und Gewitter ausgelöst werden, die dann eben so ein bisschen meridional ziehen, ja. Also quasi die jagen sich, eine Zelle jagt so die nächste, es kommen Verklasterungen zustande, und dementsprechend könnten auch mehrere oder die, die, oder gleiche Orte immer wieder von stärkeren Niederschlägen heimgesucht werden. Ja, also das könnte passieren, das muss man eben noch ein bisschen beobachten, aber wie gesagt, wir erkennen kein richtiges Durchschwenken der Kaltfront, sondern eher so ein Schleifen, weil wahrscheinlich auch an dieser Kaltfront dann hier so ein kleines Tief nochmal von Südwesten nach Nordosten ziehen könnte, ja. Ja, also das muss man eben nochmal ein bisschen beobachten, aber wie gesagt, das ist noch vier, fünf Tage hin. In Bezug auf die Temperaturen, ja, die Maximaltemperaturen werden immer 18Z angegeben, beziehungsweise 18Zulu, und da erkennen wir für heute so im Osten um die 28, 29 Grad Celsius, aber auch im Preiskau schon wieder den ersten Hitzetag mit 30, 31 Grad Celsius und natürlich auch im Ruhrgebiet dort, wo eben der Urbaneffekt auch richtig reindonnern kann, ja. Was heißt reindonnern, also dort kann eben die Stadt alles Weitere für die 30 Grad und mehr eben liefern. Ja, die Nacht von heute auf morgen sieht so aus im Preiskau, 22 Grad, Truppennacht sehr wahrscheinlich rund um Frankfurt. Ja, auch im Ruhrgebiet könnte eine Truppennacht kommen und gegebenenfalls auch in Berlin, dort wo die Stadt eben genügend Hitze aufnehmen kann durch die Sonneentstrahlung, ja, die Infrarotstrahlung, ja, da wird es eben dann nicht unter 20 Grad gehen können, aber ansonsten, ja, die Fumaren nochmal durchlüften diese Nacht, ja, denn morgen ist es dann so, dass wir verbreitet einen Hitzetag bekommen werden, sogar bis an die Küsten hinauf mit so 33 Grad teilweise sogar in Küstennähe, ja, und dann natürlich Landes-, oder im Landesinneren dann mehr sind so 33 bis 35 Grad sogar möglich, ja. Jeder Kilometer nach Südwesten wird dann natürlich ein bisschen heißer, ja, genau, Preiskau und Oberrhein, ja, dort wird es eben so sein, dass auch 36, 37 Grad Celsius am morgigen, ja, Mittwoch eben dann schon gemessen werden könnten. Ja, in Frankreich wird es wieder an die 40 Grad gehen, aber ja, na gut, die Sätze wird aber dann eben in der Nacht zum Donnerstag zu uns geführt. Wir sehen das schon, dass wir wieder verbreite Truppennächte bekommen, gerade auch wieder im Preiskau und natürlich auch am Oberrhein, ja, in Richtung Frankfurt und Maingebiet, so die Gegend, aber auch eben in Richtung, ja, Ruhrpott, so die Gegend, ja, aber auch in der ganzen Osten wird verbreitet, nicht unter 20 Grad Celsius gehen, ja, am angenehmsten wird es dann auch so im Alpenvorland, ja, aber ansonsten kann man schon erkennen, was da für ein Potenzial, oder für ein Potenzial an Heißluft dann eben in der Nacht rankommt, ja, die dann am Donnerstag eben verbreitet einen Hitzetag auslösen, wo dann gegebenenfalls im Nordosten, beziehungsweise auch Osten 37, 38 Grad Celsius gemessen werden können, aber dann im Preiskau, dort, wo die Isotherme in 850 Hektopascal dann, jetzt habe ich mich verklickt, schon die 23 oder 24 Grad Celsius anpeilt, was ich eben bereits erwähnte, ja, dort kann es eben sein, dass dort wirklich die 40 Grad Marke tangiert werden könnte. Muss man abworten, kommt wieder auf sehr viele Details an Einstrahlung, ist die Kaltfront dementsprechend, vielleicht vom Timing her schon ein kleines bisschen mehr reingeschwenkt und kann eben dort schon ein bisschen höhere Schleierbewölkungen auslösen, dass die Einstrahlung gedämpft wird, das muss man eben alles abwarten. Ja, am Freitag sieht man dann schon so Nord-Süd-Gefälle von den Temperaturen her, hier liegt die Kaltfront. Im Osten, ja, Richtung Oder-Neiße wird es auch nochmal richtig heiß, vergleichsweise wie der Donnerstag. Und auch im Süden, dort wo es ein bisschen höher ist, ja, eigentlich, dort sind auch mal so 35, 36, 37 Grad möglich und im Prauska auch nochmal so um die 37, 38 Grad gegebenenfalls. Aber wir erkennen im Prinzip auch schon die Kaltfront anliegend. Und dann ist es halt so, am Samstag eine sehr interessante Karte, muss ich sagen, ja, wir sehen hier was. Und zwar ist hier so eine, ja, so eine Gegend, so eine Linie, wo die Temperaturen wahrscheinlich sogar herbstlich bleiben werden. Ja, und dort ist es halt so, sehr wahrscheinlich liegt hier Niederschlag an, Verdunstungskälte durch den Niederschlag wird frei. Und dementsprechend ist das auch ein Indiz für Regen, was wir uns dann auch nochmal angucken. Ja, und danach von, ja, Samstag auf Sonntag ist dann Durchlüften angesorgt mit teilweise nur 10, gegebenenfalls auch im Erzgebirge bis mit 8 Grad Celsius, ja. Und hier sieht man aber trotzdem noch das Ruhegebiet, ja. Hier strahlt eben noch der Stadtkessel der vorherigen Hitzewelle ab. Und dort kann es eben auch über 10 Grad bis teilweise 13 Grad geben, ja. Aber eben auch im Rhein-Main-Gebiet und auch im Preisgau. Und hier Berlin sieht man auch noch wunderbar, ja. Gut, okay, ja, Sonntag dann sehr verhalten, 22, 24, 25 Grad Celsius. Ansonsten Durchatmen angesorgt. In Bezug auf die Gewitteraktivität bzw. auf die Cape-Werte, die Convectiv-Aviable Potential Energy-Werte, also das, was für die Gewitter, wenn sie entstehen, möglich wäre, ja. Ja, blau, alles stabile Luftmassen, kein Cape-Wert anliegen. Ja, die Wahrscheinlichkeit für gute Auslöse dementsprechend gering. Aber alles, was dann hier so in den grünen Bereich reingeht, sind dann eben schon Cape-Werte von um die 5, 6, 7, 800 Joule auf dem Kilogramm Luft. Und das zeigt im Prinzip schon, dass die Luftmasse relativ labil ist. Und diese Minus-4, ja, zum Beispiel hier, das sind die Lifted-Indexe. Umso mehr die in den Minus-Bereich gehen, umso instabiler ist die Luft, umso schärfer, nimmt die Temperatur mit steigender Höhe ab. Umso krasser ist im Prinzip dann auch die, ja, Cape-Kurve bzw. die Fläche, die da man dann in dem Vertikalprofil sehen würde. Aber das führt jetzt tief ins Detail rein, ja, nur mal nebenbei. Dementsprechend kann man auch schon hier aus Nordwesten die Temperaturen bzw. die, nicht die Temperaturen, sondern die Stabilität der Luftmasse sehen, die da eben hereinkommt. Aber wir erkennen auch, dass gerade im Nordwesten der Cape-Wert gar nicht so hoch ist. Was im Prinzip dafür sprechen würde, dass die Gewitteraktivität sehr wahrscheinlich noch gar nicht so vonstatten gehen wird am Donnerstag, ja. Im Süden haben wir höhere Cape-Werte, aber dort ist es wahrscheinlich so, dort liegt der Cape-Wert bzw. die Labilität der Luftmasse noch ein bisschen zu nah am Hoch dran. Und dementsprechend ist die ganze Geschichte gedeckelt und wird wahrscheinlich nicht auslösen können, muss man aber beobachten, ja. Am Freitag dann sehen wir, wie aus Nordwesten die stabilen Luftmassen dann immer weiter nach Süden bzw. Südosten sich weiter vorarbeiten. Und die Cape-Werte sich um die 1000 bis 1200 Joule auf dem Kilogramm Luft teilweise bewegen und liftet Indexe von so um die minus 4 bis minus 5, gegebenenfalls ja hier unten auch minus 6, minus 7 Grad Celsius eben haben. Ja, und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich für Gewitter am Freitag am höchsten. Das wird sich aber in den kommenden Rechenläufen auch noch ab und zu ändern, weil eben im Prinzip das Timing, das muss man eben auch noch ein bisschen abwarten, Timing, Einstrahlung der Sonne, Vorgeschichte, kann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegebenenfalls Restbewölkung aus den vorherigen Gewittergebieten dann eben die Einstrahlung dämpfen, und dass die Cape-Werte gedrückt werden, wodurch dann eben etwaige Energie für die Gewitter am Freitag eben nicht mehr so von statten geht bzw. anliegt. Ja, das muss man alles beobachten im Nowcast dann so ein bisschen. Und natürlich auch in Bezug auf die Boroklinität kann das richtig durchschwenken, ist da richtig Dynamik drin oder schleift die Front eben. Und es können eben dann auch so gewittrige, ergiebigere Niederschläge eben dann in einem Bereich eben kommen. Ja, das muss man alles beobachten. Am Samstag dann Restinstabilität unten im Südosten von Bayern. Ja, dort könnte es gegebenenfalls auch mal wieder für eine Superzelle reichen, muss man aber abwarten, ist wie gesagt alles noch viel zu weit weg. Gut, haben wir das besprochen. Jetzt schauen wir uns die Niederschlagswahrscheinlichkeiten an. Ja, oben rechts wieder die Timeline, für wann das ist, am Donnerstag. Und da sehen wir dann schon, Donnerstag, 12, 13, 14 Z und so weiter, zwei Stunden draufgerechnet, nochmal zur Erinnerung, ist dann eben für die Sommerzeit. Und wir erkennen, hier sind wir schon 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr und wir erkennen hier gar nichts. Und das ist das, was ich sage. Also dort ist es sehr wahrscheinlich so, dass die Gewitter gar nicht so zum Auslösen kommen und sich so intensivieren können. Und danach dann von Donnerstag auf Freitag dann so ein kleines bisschen schleifende Kaltfront. Schauerartiger Regen, so ein bisschen, ja. Aber nichts weiter Dramatisches, ja. Größer wird, oder mehr wird die Post dann abgehen am Freitag, wenn vor allen Dingen die Einstrahlung gegebenenfalls so passt, dass der Cape-Wert eben so in die Höhe gehen kann, dass das voll aufgesaugt wird von dieser Konvergenz, die natürlich vor der Kaltfront ist, ja, dort, wo die Winde zusammenprallen. Und dort ist dann eben das Aufsteigen der Luftmassen gezwungen. Und dort kann es eben dann zur Verfügung stehende Cape-Werte können dann eben ordentlich genutzt werden. Und da erkennen wir dann, aus Südwesten werden immer wieder, ja, Niederschläge, ja, quasi punktuell wiederholt, ja, prognostiziert. Was eben mich damit sagte eben schon, dass Orte mehrere Male von Regengebieten getroffen werden könnten, ja. Und dann ein Rausschwenken bis zum Samstag. Und da erkennen wir Samstag, ja, überall hier Niederschläge. In Sachsen vor allen Dingen so südlich Brandenburg und so, ne. Und vor allen Dingen auch so Richtung Thüringer Wald. Dort ist es halt so, dass eben die Verdunstungskälte dann eben die Temperaturen nicht über 15 Grad Celsius teilweise steigen lassen wird. Ja, dann schwenkt das eben raus. Wie gesagt, am Samstag nochmal Gewittergefahr, gerade so Richtung Südosten von Bayern. Und natürlich auch so Richtung Österreich dann, ne, wie ich bereits eben erwähnte. Und da kann auch mal ein größerer Klopper dabei sein. Gut, was kommt denn unterm Strich bei Rum an, ja, Niederschlag an Regen, ja. Da brauchen wir bloß mal reinzoomen. Das ist im Prinzip diese kleine Linie hier oben. Das ist die Schaueraktivität vom Donnerstag. Dann kommt die Nacht, ja. Dort ist im Prinzip vom Durchschwenken der Kaltzone, vom Timing her, keine Aktivität zu erwarten. Und dann kommt ein neues Aufleben am Freitag. Und das wird das sein hier, ja. Und da können wir erkennen, dass vor allen Dingen aus aktuellem Stand die Regenmengen relativ ordentlich sind, finde ich, ja. Also teilweise sogar im Vogtland so und auch hier im Fichtelgebirgsraum teilweise über 40 Liter auf dem Quadratmeter werden berechnet. Aber auch hier so in der Niederlausitz, ja, so 28, 29, jedenfalls auch 30 Liter auf dem Quadratmeter. Und dort, wo die Waldbrände sind, ist das natürlich, wäre das ein Segen. Aber ich möchte keine falsche Euphorie schüren, denn dieses Timing in Bezug auf die Verlagerung von den Gewittern ist jetzt einfach noch nicht sicher. Das muss ich ausdrücklich nochmal erwähnen, bevor es dann wieder heißt, bei uns passiert wieder nichts. Also wie gesagt, das ist einfach noch ein bisschen zu weit weg in Bezug auf konvektive Umlagerungen. Ja, der Süden dann, ja. Ich meine gut, dort unten ist sowieso alles relativ nass. Also, ob da nur Regen fällt oder nicht, gut, woanders hätten wir es, oder könnten wir es mehr gebrauchen. Aber es ist eben trotzdem so, dass teilweise 20, 30 Liter auf dem Quadratmeter fallen. Und vor allen Dingen auch Österreicher so, ne, 80, 90 Liter auf dem Quadratmeter könnten da punktuell schon mal fallen, ja. Und das ist dann schon wieder eine ganz schöne Hausnummer. So, abschließend ein Blick auf das Ensemble von Plauen, ja, dieses Mal. Wir sehen ja die 850-Eckte-Pascal-Temperatur, das Temperature-Ensemble, ja. Und wir sehen hier die 30 verschiedenen Member. Das ist die gleiche Berechnung eines GFS-Modells, ja, beziehungsweise die Formel. Und es werden bloß Parameter abgeändert, was würde passieren, wenn. Und umso näher die ganzen Member zusammenliegen, umso sicherer ist die Wetterlage. Und umso weiter die auseinandergehen, umso unsicherer ist die Wetterlage, ja. Und wir erkennen hier, dass die Temperaturen in 850-Eckte-Pascal die 25-Grad-Marke nicht erreichen werden. Und dementsprechend sind 40 Grad ausgeschlossen, was den Bereich dort angeht, ja. Also, kann man nicht weiter darüber reden. Blau liegt auch viel zu hoch, was das Ganze angeht, ja. Aber trotzdem, so 34 Grad könnte definitiv passieren. Dann kommt diese Kaltfront durch, ja. Und man muss aber auch sagen, dass der Hauptlauf der Grüne hier in Bezug auf die Niederschläge, die ich eben bereits gerade zeigte, diese hier, ja, dass der hier ein kleiner Ausreißer ist. Also, der Durchschnitt ist viel, viel weniger. Dementsprechend hat der Hauptlauf hier, steht hier ein bisschen alleine da, was die Niederschläge in Bezug auf die Mengen angeht, ja. Und dementsprechend muss man das auch wieder, ja, mit Vorsicht genießen, ja. Aber es ist eben im Prinzip das Potenzial da, dass es gegebenenfalls am Samstag, ja, ordentlich regnen könnte. Ja, danach wieder Durchschnitt, ja, in Bezug auf das 30-jährige Klimamittel 81-2010. Wieder angeneigt, ja, mit dem weißen Durchschnittsgrafen hier. Und dann geht es entweder wieder hoch oder es bleibt so. Also, dementsprechend ist hier hinten raus alles Kaffeesatzleserei. Das muss man einfach noch ein bisschen abwarten. Aber es ist möglich, ja, dass gewisse Heißluft, wenn man das hier so mal anguckt, ja, dass das nochmal von Süden her reinkommen kann, wenn wir uns das hier nochmal anschauen, ja. Das ist dann schon für den 15. August. Dort wird eine neue, trogvorderseitige Hitzewelle prognostizieren, die noch ein bisschen krasser ist, ja. Ja, wir können dann bloß vom Klick reden, dass es schon Mitte August ist und die Sonne nicht mal so eine Einschreibungskraft hat, ja. Dementsprechend muss man da auch wieder schauen, was sich da aus ergibt. Aber es ist natürlich so, von der Siebenschläferregel her hatten wir jetzt immer wieder diese Trugvorderseite, immer wieder diese heiße Luftmasse. Es ist dementsprechend nicht von der Hand zu weisen, dass diese Wetterlage sich nochmal wiederholen könnte Mitte August. Ja, ist einfach so. Ja, dann nochmal ein paar kurze Worte in Bezug auf die, ja, also das ist jetzt nochmal so ein Waldbrand-Update, also der Rest, die das nicht interessiert, die können jetzt abschalten, dem wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Ja, nochmal ein kleiner Blick in die Windanimation in Bezug auf die Waldbrandgebiete. Ja, wir haben, wir haben am Dienstag, also quasi heute, ja, so ein bisschen, wie soll man sagen, eigentlich so ein bisschen Wind aus unterschiedlichen Richtungen, aber definitiv auch mal ein bisschen kräftiger, ja. Ja, in der Nacht zum Mittwoch schläft die ganze Geschichte dann wieder ein und es dreht so ein bisschen auf Süd, ja. Und am Mittwoch selber dann kommt der Wind auch schon wieder aus südwestlichen Richtungen. Sprich natürlich, die warme Luftmasse wird herangezogen, beziehungsweise zieht heran und dementsprechend aus Südwesten, ist ja ganz klar. Ja, und dann ist es eben so, am Mittwoch, weiter schaut er jetzt noch nicht, wird die ganze, äh Quatsch, am Donnerstag, wird die ganze Sache wieder aus Süden, beziehungsweise Südwesten kommen und dementsprechend mal eine kleine, eine kleine Information für die Kameraden dort in die Waldbrandgebiete, dass die Windrichtung auf Süd bis Süd-Südwest drehen wird. Das soll es gewesen sein, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ein allerherzliches Glück auf, bis später, wenn ihr möchtet und ciao. Bis zum nächsten Mal.